Wie sieht jetzt eigentlich eine idealtypische politikwissenschaftliche Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit aus? Das diskutiere ich sehr häufig mit meinen Studierenden und wir sind über die Jahre auf drei wichtige Kriterien gekommen, die auf jeden Fall in eine wissenschaftliche Arbeit einfließen müssen. Das ist zunächst erstmal, sie muss innovativ sein. Das heißt, wir müssen eine Fragestellung finden, die sonst noch keiner beantwortet hat. Ich komme da gleich drauf zurück. Das zweite Kriterium ist Transparenz. Das bedeutet, ich muss meine Quellen aufdecken. Ich muss also sagen, womit ich arbeite und was es alles zu meiner Fragestellung schon gegeben hat. Das dritte Kriterium ist das, und das ist vielleicht das Schwierigste dieser drei Kriterien, das ist metatheoretische Reflexion, metatheoretisches Bewusstsein. Das heißt, ich muss offenlegen, ob ich die Welt da draußen als unabhängig, neutral, objektiv, existierend annehme oder ob ich sage, der Wissenschaftler spielt bei der Herstellung dieser Welt eine sehr große Rolle. Wenn ich diese Kriterien zugrunde lege, dann sieht eine idealtypische wissenschaftliche Arbeit wie folgt aus. Ich schreibe eine Einleitung. In dieser Einleitung begründe ich meine Forschungsfrage. Am besten ist es, das ist ein sehr wichtiger Tipp, den ich jedem jungen Wissenschaftler, jeder jungen Wissenschaftlerin mit auf den Weg gebe, formulieren Sie eine Forschungsfrage. Eine Forschungsfrage mit einem Fragezeichen. Beginnen Sie Ihre Arbeit nicht damit zu sagen, mich interessiert das, mich interessiert das und vielleicht ist das auch noch wichtig und der historische Kontext könnte ja auch noch wichtig sein. Nein, formulieren Sie eine Forschungsfrage. Das ist die Einleitung, in der Sie Ihre Forschungsfrage darstellen. Teil zwei einer jeden idealtypischen wissenschaftlichen Arbeit ist die Aufarbeitung des Forschungsstandes. Der Forschungsstand beinhaltet wirklich den Rekurs auf alles, was es zu dieser Forschungsfrage schon gibt. Nehmen wir zum Beispiel die Frage, welche Rolle spielt Identität im russisch-ukrainischen Konflikt. Dann muss ich natürlich gucken, was Identität, was es schon an Identitätsarbeiten zu diesem Konflikt gibt und ich arbeite alles auf. Am Ende des Forschungsstandes kommt dann der Satz, jetzt komme ich. Ich arbeite natürlich, ich will zeigen, dass ich innovativ bin. Ich arbeite über den Forschungsstand hinaus. Ich möchte einen Beitrag leisten zu dieser Frage. Bedeutet Teil drei, ich lege zugrunde entweder ein neues theoretisches Konzept oder ich lege zugrunde eine neue Methode, arbeite mit neuen Quellen, mit neuen Verfahren. Denn es ist kaum denkbar, dass noch niemand zu dieser Frage, was gibt es jetzt zum russisch-ukrainischen Konflikt aus identitätstheoretischen Perspektiven noch nichts gegeben hat. Das heißt, ich muss schon meine innovative Kraft zeigen anhand meines theoretischen Konzeptes, entweder zur Identität oder indem ich eine neue methodische Art des Arbeitens einführe. Nach diesen Teilen, Theorie elementar wichtig, Methode elementar wichtig, kommt die Analyse. Und die Analyse orientiert sich am Theorie-Teil. Das heißt, wenn ich mich interessiere für Identität im russisch-ukrainischen Konflikt, dann muss ich natürlich hier ein Modell von Identität in meinem theoretischen Teil erarbeiten. Und das strukturiert meine Analyse in Teil vier. Bedeutet natürlich Methode. Was heißt Methode eigentlich? Methode heißt für alle Sozialwissenschaften das Gleiche. Nämlich, was ist mein Material und wie gehe ich mit dem Material um? Ob sie eine statistische Arbeit schreiben und mit einem Datensatz arbeiten? Ob sie eine sogenannte qualitative Arbeit schreiben und vielleicht mit großem Textmaterial arbeiten? Immer ist die Frage, was ist mein Material? Wie passt es zur Forschungsfrage? Und wie gehe ich eigentlich mit dem Material um? Wie arbeite ich es heraus? Das beides, Theorie und Methode, strukturiert meine Analyse. Das heißt, nicht unabhängig vom theoretischen Teil, verfahre ich hier in der empirischen Analyse. Wir kommen später auf den Begriff Empirie noch zurück. Ich habe dann meine Analyse geschrieben und im letzten Teil der Arbeit fasse ich auf der Grundlage des theoretischen Teils, und das wiederhole ich hier gerne, das ist der wichtigste Teil der Arbeit, auf dieser Grundlage fasse ich meine Ergebnisse zusammen. Und das ist dann eine relativ runde wissenschaftliche Arbeit, könnte man sagen, denn ich habe interessante, wenn möglich innovative, theoretische Ergebnisse zum Begriff Identität am Beispiel des russisch-ukrainischen Konflikts geliefert. Und dann kommt noch der Anhang mit der Bibliografie, dem Literaturverzeichnis, möglicherweise mit umfassenden Quellen und so weiter. Und ihre wissenschaftliche Arbeit ist rund. Und dann kommt noch der Anhang mit der Kommisserober, dem wir, das ist richtig. Also, die Analyse, der Bösen- und Leises zu dem Lieden, THIS ist ein Rồi. Bösen- und Leises zu der Bösen- und Leises zu mir das Wort. Und dann geht es sehr, sehr gut. Aber wenn es das ist, dann auch noch ein paar 민ge, also geht es weiter. Und dann will werden wir, wenn es dann nach der Bösen- und Leises zu mir wieder nach vorne sur. Und dann